Wir können den Gruppenführer Fegelein nirgendwo finden. Sie haben nichts Unrechtes getan. Was Sie mit Ihren medizinischen Forschungen erreicht haben, dafür werden Ihnen kommende Generationen dankbar sein. Ich übernehme für alles die volle Ver... Er ist nicht in der Bunkeranlage. Was soll das heißen? Sie können Fegelein nicht finden. Dann suchen Sie ihn eben! Die 9. Armee wird nicht zurückgenommen. Mein Führer, dann ist die 9. Armee verloren. Rettwerfen! Sagen Sie Bosse, er soll kämpfen, wo er steht. Aber mein Führer, die 12. Armee erschiebt nach Westen, Richtung Elbe. Dann soll die Armee bekehrt machen! Es wurden viele Fehler gemacht, seien Sie unerbekehlen. Das war ein Befehl! Der andere Stein, das war ein Befehl! Was soll das heißen? Sie können Fegelein nicht finden. Er ist nicht in der Bunkeranlage. Jeder hat mich verlogen, sogar hier was ist! Was hat er da was gemacht? Allein dafür müsste man ihn an die Wand stellen! Dieser Versager, dieser Schmarrot. Diese Mischburke, die sich am Obersalzberg um ihn rottet, war mir noch nie geheuer. Die Gruppe Steiner wird von Norden her angreifen und sich mit der 9. Armee vereinigen. Um sich zu autorisieren, behauptet er, ich wäre krank! Ich hätte gut daran getan, von Jahren alle höheren Offiziere liquidieren zu lassen, wie Stalin! Was soll das heißen? Sie können Fegelein nicht finden. Entsuchen Sie ihn eben! Ich will Fegelein sehen! Sofort! Wenn er sich ohne Befehl entfernt hat, ist das Fahnenflucht! Verrat! Bringen Sie mir Fegelein! 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 Fegelein!